Mirko ist Gold Nummer 3? Bitte was? Dann krieg ich jetzt hier was mit? Mirko ist Gold Nummer 3 Hat der letzte Rang auf 2 bekommen Was ist das denn? Weißt du, ich häng seit einem Monat an Silber Elite Mach's da fest und der kriegt einfach Wenn ich rein möchte, krieg ein Uprank Beschwerde Beschwerde Gabe, wo bist du? Wie geil! Ich find ich jetzt frech Ja, ich find's auch frech Wo stellst du hier den ganzen Kram ein? Ich hab nichts eingestellt Unter Einstellungen Fight? TeamCaptain? Ja Ich hab nichts gehört, ich hab gesungen Ich auch Ich bin ein bisschen müde Lul Scheiße Wir haben ein Problem hier Aber nicht zu müde, meinst du Messanfall Ich hab's genauso gesehen Der war auf K Ja gut, meine saure auf K Oder das ist die andere Taktik Manchmal hab ich auch keine Lust und bleib einfach stehen Wieso es geht Der Typ versteckt sich nur Wieso passt Lul Lul Okay Ähm ich ist ein Head of Ich hab ihn getriggered Uuuu Ah, Mann, Famas. Vermischt geworden. Das ist der Turmose-Einstellung. Das war richtig, Nakira. Sehr gut geladen. Danke. Oh, der jumpt rum wie ein Potter-Kirja. Oh, nee. Keine Ahnung, umstarten. Ich freue mich schon, wenn die anfangen zu rüber. Ja. Ist noch viel zu schnell. Alter, jetzt hab. Ja, Moin. Ah, immer noch der Schnee. Ja, natürlich. Jawohl. Warum hatte ich eigentlich keine Skin auf dem? 3, 4. Hatte ich auch nur bei der AK ganz am Anfang. Bei den anderen ist immer irgendwie so... Die erste Waffe ist noch so ein bisschen. Und danach? Und danach denkt sich so... Nö, warum? Jetzt reißt du auch mit den Skins. Äh Leute, wo wir hin? A, B, B, A. Inki muss grad noch einstellen. Ah, okay. Jo. Deswegen, wir können gerne in der AG. Damit rechnen ich die nicht. Niemals. Vor allem nicht von Treppe. Alle dritten. JANIK! Da war ein schneller. Direkte Leiden eingang. Pistolen. Keine Pistolen einfach nicht. Ja, ich hätte gerne getestet, ob ich die jetzt kann. Slow. Äh, D-Pusht aus. D-Pusht aus. D-Pusht aus. So. Und ich bin jetzt da. Ja. Schön. Ja. Moin. Wir sind beide hinter uns. Haben nicht viel Leben überhaupt noch. 2 gegen 4. 2 gegen 4. Cool. Also Jannik, du zwei, ich zwei, ne? Ja. Ich mach das. Ich hab gar nicht lebe. Lass ihn dir nicht glauben. Das motiviert ihn. Komm von Toilette. Der hat jetzt aber geslidet, ey. Einer aus. Was waren die anderen beiden? Keine Ahnung. Das ist okay. Waffe saven. Was? Ja, bis unten muss man sich saven. Ja, ticken schneller kann man doch wieder. Die machen das genauso wie Inki. Gerade noch einstellen. Jetzt wird wild. Das sieht gut aus. Uh. Ja, schon wieder die Bombe. Ja, gut. Gehen wir B. Jetzt sind wir Full Squad. Jetzt können wir B gehen. Okay. Inki beschützt mich. Ja, ich hab keine Ahnung. Das tut mir leid. Ich bin dem lieblich nicht. Das ist anders als würde ich an einem frem PC spielen. Ist das schlimm? So, in der Smoke ist es zu. Hive life. Komm jetzt von außen. Also von Spawn. Spawn? Ja, von deren Spawn. Ja, Graffiti. Deren Spawn. Noch einer. Noch einer Graffiti. Einer ist unten in diesem Wasser-Ding. Water. Flick's aber hier. Aus ihm gar nicht. Reicht. Nice. Ernsthaft? Auf die Range mit diesen Doppel-Pistolen. Ist so krass. Bareddas. 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 Bareddas sind bester. Ich auch nicht. Bareddas sind bester. Ich. Ohne Mist. Daaa. Was kommt der? P90. Keine Ahnung. Ich glaub mir auf jeden Fall voll Spiel. P90. Mein PC braucht grad noch. Der macht grad die neuen Grafik-Settings her. Ah. Nämlich muss ja genau schön. Ich hatte eine Verzüngung im Elf. Ich geh nach rechts und dann schwenkt das jedes Mal aus. Nice. Hallo? Ja, nice. Sehr nice. Das ist so als wäre V-Sync an oder so. Ich hab's ja einfach ausgemacht. Fertig. Sehr schön. In so'n Uber-Shader. Gut. Nice. Das fühlt sich besser an. Hat jemand nicht geblendet? Da 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 da. Off. War. Nice. Hoi. Ja, so. Aus. Ich geh treffa. Ah, hinten in den Ecken. Nein! Wer Granate wirft den Stier! Doch nicht. Oh mein Gott. Krass. Boah. Da war er nett. Ja, durfte es. Das war echt nett. Weil statt zu schießen, hat er erst gewartet bis ich die Granate geworfen hat. Und dann. Das? Keiner hat er geschossen. Das? Dann, das war ein Service. Das war echt nett. Geil. 242 Killsch. Mit der P90. Leih. Geil. 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 Du gehst ein bisschen Schluck auf, was ich hab. Ja, ja, ja. Das sagen sie immer. Grenade. I throw the flashback. Boah. Ich brauche mir noch einen an. Sorry. Geil. Geil. Ja, lol. Okay. Da bin ich zu hart gerusht. Einer Toilets. 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 Okay. Ah, das ist kein Smoke. Was ist das? Ach, ich hab eine Einstellung nochmal. Ja, der wird Treppe sein. Geh ich davon aus. Wo ist der Brand? Ja, nicht wie viele Kills hast du mit der Waffe. Drück mal. Äh, er ist 151. Ah, drauf. Ja. Nein, drückte mir 152. Oh. Oh nein. Darauf bin ich allergisch, tut mir leid. Die Mirko gemacht. Ja, hab ich jetzt. Aber das ist noch wichtig. Übung drin. Ich hab noch gesehen, wie du dich umgedreht hast. Scheiße. Du, ich schmeiß die einfach in irgendeine Richtung und dreh nicht die Bisse wieder um. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Ich hab die gerade Mirko, also mir hab da so ein Feind einfach ins Gesicht geschickt. Wie hat der das überlebt? 96 hat er. Das ist halt echt ne gute Frage, ne? Außen? War bestaunen? Ja. Ich hab noch 2 HP. Hä? Außen hat noch 2 HP. Ich hab noch 2 HP. Hör zu! Du drückst dich so komisch aus. Salz, Salz, Salz. Du musst das extra übersetzen. Äh, treppe, 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 treppe. Ja, kein Ding. Da kann ja nichts. Einer nur noch? Ja, ne? Was sind denn denn Callouts hier? Ja. Hallo, Bank? Nice. Ja, der hat einen MP7 gehabt. Der MP9. Der MP9. Fuck. Huch. Ich hab nichts gesagt. Nein. Du doch nicht. Damit 150. Nice. Ich bin bei 244. aus dem Pushler. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Mit der Pistole, Handy. Ja, natürlich. Ja, das war die Deagle. Gedrückt. Toilette. Toilette? Toilette ist tot. Da ist noch einer. Ne, Deagle. Zweiter Tod. Nein. Noch einer. Hier oben links. Oben links. In Stepbombe. Okay. Gib mir das. Was geht ab? Ich komm jetzt. Ab jetzt. Hier hat Bombe. Alles eingestellt. Jetzt. Okay. Schön. Was? Schön gemacht? Gib mir die Deagle her jetzt. Ich hatte jetzt schon einen Deagle. Oh. Lust. Oh. Mülltonne. Ecke Bank. Ecke Bank hinter der Mülltonne. 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 Er ist schon lang weg. Kann natürlich auch jetzt wieder Spielplatz sein. War Party. Mh. Sehr schön. Immer noch. 154. Ja. Nein. Bei Inki ist gerade Stream aufgeschmiert. Hey. Wickel grad. Mh. Neues. Kann zumindest. Zumindest. Zumindest im Bullton Stream sehe ich die. Doch doch. Der ist noch da. Ja. Okay. Okay, dann ist er noch alles gut. Retried gleich bei mir. Okay. Ja, mit meiner von der Bombe. Ich werde die nicht töten. Leute, ich wickel gerade hart vor. Äh... Aber das ist irgendwie... Okay. 80 erledigt. Ich hab den krassen Wiggle-Bug gehabt. Der war einer? Er treppe! Er treppe! Er treppe! Ich hab zwei. Mhm. Zwei sind Mitte. Treppe zu B. Und zwei. Ich gebe Party. Party ist auch tot. So. Okay, Yannick. Blend? Ja. Ja. Lange aus. Okay. Zwei steht da auch noch. What? Really? Blanchwater? Nein, nein, nein. War das Tor... das Gitter von dem... Ich bin Heaven? Okay. Terrorist win! So, was ist vorhin? Hi. 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 Okay. Hallo. Ich war ganz ehrlich so unsicher. Sven, höre ich den Gegner. Es war beides. So. Okay. Ich hab einfach Doppelklick gemacht. Ich hab einfach... Weißt du, komm, ist Inki da bei 7-0. So verlässer. Ja. Das ist klar. Ich mach nicht mal etwas. Ich stehe eigentlich einfach... Die Anwesenheit reicht. Die Anwesenheit ist einfach okay. Das bringt schon Glück. Frage, wie ich mir stelle. So kann ich left-handed einstellen. Ups. Sorry. Team Captain. So langsam reicht es. Was ist deinem, Nate? Ich bin laut. Einer Toilets. Einer Wargut. Ist down, kein Problem. Guck mal die Bronze kaputt machen. Ich schüsste nicht die. Cool. Ey. Äh... Treppe zu B? Das ist für mich. Was machen die? Errushen. Gebehindert? Ja, aber wie? Deine Sprint. Einer bei bei. Treppe. Spawn hier. Ja. 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 Hi-Flight. Janik, der Skin, Vorsicht. Damit kommt glaube ich schon... Oh, hier war noch einer. Ey, was hinten kommen könnte, habe ich glaube ich auch gewandt. Fank. 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 Ich bin eigentlich der Einzige, der gerade da auch oft stört. Ich bin der Einzige, der irgendwie Geld wasted. Was? Und das nur wegen dummen Aktionen. Was? Das ist gut. Was? Ich bin der Einzige. Was? Ich bin der Einzige. Was? Ich bin der Einzige. Fasch? Fasch? Was? Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige. Ich habe zwei eine Treppen aufgehalten. eine bombe so ich kann ich hier meine arfe legen oder so ich hab zu viel geld so der einzige der nicht voll geld kleiner push machte tropfen zwei eine bank treppe treppe zu b da toiletten tot war da noch einer ja bei der bank es muss noch eine level zb sein ok ich bin da I'm ready gut eh punk 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 ich kundin schießt ich habe ein cd feeling kurz ok er macht das gut was er denn hirin hier hab ich komm her jürgen nein jürgen rennen kamas renn kamas alter 10 0 was passiert hier ist das legendäre da es ist ja wie kann ich gucken wie viele leute mit seiner waffe gekillt hat wenn der starstruck hast okay okay das ist so schön counter dran hier muss man sich kaufen oder wie das ist ein besonderes gibt es normal und in star trek dass die krasse variante quasi davon wenn in der kiste ist auch nicht okay wir 2 euro 10 investieren oder ist die markt der tracks und schon eher selten also kosten schon mehr die fängt sich an zu wegen rechte seite steht auch mal bang nein bang schade wo war der denn habe ich kommen sehen und die scheiß bombe ja super mario feiner egal egal ich war ich habe doch die meine 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 m4 ist ja gar nicht so teuer ja aber ich habe noch eine frage er zahle ich bei wahl und bei velomäer eine toilette ja wenn ich jetzt den skin holen würde gejokt dann erst dann an zu zählen oder ja erst dann ja für den skimmel wirklich mit dem skimmel passiert hast du lädt ist tot hinter der mülltonne an den treppen bank ich guck noch außen spieler geht aber das alter der dampfers spiel verlassen weil es weiß ich schon gelieft es steht auch schon 12 0 trotzdem durchzieht leute würdest du hier sagen okay vier mal lasse ich mir noch ins gesicht ballern aber dann ist ende das tut mir voll leid gegen orange hat 0 12 er hat eine assist also bitte einer von den stecker gezogen die sind ja mittlerweile fast zwei minuten daher geht ganz kurz rauchen bis gleich ja bis gleich stell dir vor diese riesig am ausrasten gewesen dann kommt die mutter rein zieht ein verstecker hat er warte oder nehme ich doch lieber die oder welche nämlich die für den m4 skin ohne star trek habe ich gezahlt 30 euro müsste ich hier aber das müsste ich aber noch mal genau sagen okay also das was hältst du von 605 er klingt gut und mein hund ist okay weil und muss gassig okay okay alles klar mit kthulhu was brauche ich jetzt weißen 90 90 kthulhu ich habe ein paar hingeschmissen die motivation ist da das ist ein running gag ich von heute dreimal von teammates gemessen ich hab mir das total angewöhnt irgendwie beim laufen rum zu knifen was heißt denn warum stellst du bei mir den kopf so luke dolo ok solo links rum ist tot was das gestimmt da hast gezögert der kommt auch von rechts ich weiß ich weiß er soll noch kommen kriegt er mal ich würde zählen in awp ich versuche ihn zu knifen das hat nicht funktioniert die liegt da noch boah hatte ich verbindung da haben noch mal zwei ne ne da waren die beiden achso geil leute jetzt wird man nie wupfen jetzt müssen wir jetzt hier nicht schmerzvoller machen äh carry play only b to make it fast ja wird es jetzt wirklich drei leute die sich über die ganze map verschanzen suchen oder können wir einfach b rennen und fertig so macht es auch für die einfache die wissen von wo wir kommen so ne also ich suche eigentlich ganz gerne meine beute das wird gleich zu 0 so oder so da ist noch mehr als zwei sind wieder zurückgegangen graffiti genau dahin ich geb dann meine molly rein dann bleiben die da erstmal ich kann zieh mal meine bombe na da und ruhe hier flash kommt danke schrumpflikte ich bin für die zukunft verteidig auf der site die affen ey sinki hey nice ace ja schönes ace ne hast alle drei gemacht es war ähm legendär habe ich gehört das wird in die geschichte eingehen krass ist der ace ich werde schon sagen alle b warum verstecken sie es zu dritt ct warum nehme ich irgendein gutes cross saver ich nehme alles zurück was ich sagen so sie gehören ich spiele ich war noch mal ich bin es auf einer eingeblieben wie sie ja sein wechsel das war sehr einseitig aber die geben nicht auf immerhin das ist ein richtiger ehrenhahn die nehmen das mit die männer ja only b ne ja geil fünf leute b von uns ja drei headshots noch dann vorbei ich pushe das jetzt weg ich war auch ja häufig frei jawohl nice schiefst du alter 6 zu 0 first time so kann 24 Stunden am Anfang war eigentlich ja kann ich meinen Rang aufsteigen silvaliete meister viel gewinnen dann schlagst du auf ja absolut ba dann genau war blabber glabben blabber fliep glabber blabber 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 blabber